Bist du ziemlich gesprächig! Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht! Was war das gerade? Und da sind wir auch zurück in den Everglades hier bei Battlefield Hardline und müssten hier noch ein paar Beweismittel scannen. Das hatte ich in der letzten Folge übersehen noch. Hier diese schöne Fass und das wollen wir mal analysieren. Neuer Fall geöffnet, Dienstaufsicht. Naja, da haben wir immer ein paar gerne Informationen, das ist nie verkehrt. Ein Giftbeater, hier wird also Giftmaterial auch abgesondert. Und hier sind nicht nur Drogen, ja und ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir hier in den Everglades ein bisschen das Gebiet unsicher gemacht, ein paar Drogendealer gestellt, die auch was mit dem Fall hier rund um Leo und Co. zu tun haben. Und wir fahren jetzt mal los. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nails finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogentrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Weswegen will Dorst das jetzt beenden, bevor es dazu kommt? Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich seh's ja ändern. Warum klingst du denn so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knabe. Da wär ich mir nicht so sicher. Detektiv, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Und das wissen wir bereits, dass Kai gefährliche Spiele am liebsten hat. So, das Ziel da hinten nehmen wir natürlich noch noch gleich hoch. Aber ich bin jetzt erstmal da ganz hinten angefahren, weil die ja noch ein bisschen auch geredet haben. Und jetzt müssen wir hier inoffiziell diese ganzen Ziele abklappern. Und weitere Infos über diese ganzen Drogendeals, über Hotshot, über Koks und hin und her suchen, weil hier werden Flugzeuge eingesetzt, um hier Drogen abzuwerfen in dem Moment. Alarmanlagen und Verstärkung. Das kann natürlich zum Problem werden. Alarmanlagen rufen Verstärkung herbei. War klar, deaktiviere oder zerstöre alle Lautsprecher. Schön, verschmutztes Airboot. War ein weiteres Beweismaterial, was wir hier finden mussten. Man kriegt hier auch die Beweismateriale eigentlich ziemlich gut angezeigt. Also eins von vier gibt es in dem Gebiet jetzt hier. Und das nächste in 55 Meter Entfernung. So, und da ist ein Ziel, das sollten wir eigentlich sogar einknasten. Und zwar Nathan Brown. Mit einer MAC-10 ist er bewaffnet. Wir könnten das natürlich probieren. Beim letzten Mal hat das ja eigentlich wunderbar funktioniert, wie wir die alle hochgenommen haben. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir beim Einknasten nicht gesehen werden. Und das ist die Alarmanlage also. Die wir uns als erstes kümmern sollten. Verschiedene Sprengfässer auf, Sprengfallen überall. Ich würde sagen, wir gehen behutsam vor. Zumindest versuchen wir es erstmal. Wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren und in einem Gefecht enden. Bei der Menge an Feinden. Aber, wer weiß. Mal gucken, ob der aufschreckt. Nummer 1. Okay, und hier sollen wir auch einknasten. Deswegen wäre das natürlich das perfekte Ziel. Da hat er sich gewundert. Okay, der Scanner sagt nicht viel. Hier wäre jetzt die gute Alarmanlage, wo gerade niemand hinguckt. Da vorne auch noch ein Ziel. Was war am besten einknasten? So, deaktiviert ist das Teil. Mit einem schönen Schlag auf den Kopf. Jetzt holen wir uns den hier. Einen nach dem anderen. Die Polizei ist da. So, und jetzt hinten rum gehen und den einen noch schnappen irgendwie. Wenn wir gerade nicht im Radius sind, können wir sogar hier lang gehen. Weil der eine Kerl sieht uns nicht. Dann sind wir genau noch nicht im Sichtradius. Und dann können wir uns ihn noch schnappen. Und dann kriegen wir richtig schöne Bonuspunkte. Schön am langen Sneaken hier. Es gibt natürlich mega vier Punkte, wenn ich das so mache alles. Dann läuft er sehr wie geschmiert. Aber trotzdem weiterhin vorsichtig sein. Jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir uns eigentlich wieder zurückbegeben am besten. Hier rum. Wir können uns natürlich auch mal den Spaß gönnen, einfach. Das geht jetzt gleich in die Luft. Adiosso. So. Kleiner Spaß, ne? P90 wollte ich auch mal ausprobieren. Also die Dinger explodieren nicht sofort. Gut zu wissen. Die zündeln erstmal so ein bisschen. Und dann geht's ab. Rapapap. So, jetzt sollen wir hier fein säuberlich scannen. Gibt's denn hier irgendwas Schönes? Ah, hier ist auch noch eine Schrotflinte. So, und wir kriegen ja zum Glück mit dem Beweisscanner das alles angezeigt. Also das ist jetzt nicht ganz so schwer. Können wir auch durchanalysieren. Sehr praktisch. Ein Wasseranalysegerät. Wahrscheinlich für den Dreck. Für die ganzen Gifte, die sie hier reingeworfen haben. Oh. Schauen wir doch mal rein in die gute Stube. So ein altes Ding. Mit dem müssten wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja. Dann weiter. Hm. Schauen wir mal eben die Ausrüstungskiste. Aber hier haben wir eigentlich alles am Start. Die Primärwaffe G17. Ist auch okay. Die M19AFA1. 1A Waffe. Hahaha. Die haben wir auch schon gezeigt. Ich bleib mal bei der... Obwohl. Wir könnten nochmal einen normalen Revolver nehmen. Ist auch ganz geil. Die haben halt so eine krasse Durchschlagskraft. Ja, komm. So. So ein bisschen switchen kann man ja zwischendurch mal. So, haben wir hier noch sonstige Beweise. 1,20 Meter. Hier muss doch noch irgendwas liegen. Aha. Und da haben wir auch die Kiste. Das scheinen immer Beweismateriale zu sein, wenn da eine Waffenkiste liegt. Moment. Hier sind noch Umschläge. Die schauen wir uns natürlich auch noch an, wo sie es gerade gesagt hat. Der Manila-Umschlag. Manila, die Hauptstadt der Philippinen. Audio abspielen. Na super. Diese Sprüche sind meistens so ein bisschen so lala. Wenn ihr das alles lesen wollt, könnt ihr Pause drücken, gerne. Der Manila-Umschlag. Hier immer das Wasseranalyse gerät. Hier gab es Tests. Vor kurzem erst. Das ist ziemlich harmlos. Grundstückskorruption in Florida. Sowas. Hm. Also irgendeinen Chemieunfall gab es hier. Aber es liegt seit Jahren keine Gefahr mehr vor. Okay. Wir haben noch weitere Beweise hier. Ich muss mir den natürlich auch anschauen. Das habe ich in der letzten Folge nicht so richtig gemacht. Sieht nach Papierkram aus. Hm. Mit Messer befestigter Zettel gefunden. Fütterungszeit. Nels hat den Journalisten aus den Springer bestochen. Damit er berichtet, dieses Land hier sei mit Gift belastet. Eine gute Art, eine Geschichte zu verbreiten, die komplett erlogen ist. Aber jetzt will der Kerl mehr Geld sehen. Sozusagen Journalismus gegen Bares. Er hat eine Umweltkrise in die Welt gesetzt, die es gar nicht gab. Aha. Das war so ein riesen Fake mit dem Gift. Obwohl wir Gift einmal gefunden haben auch. Diesem Springer schuldet Nels auch Geld. Nels hat also noch mehr Feinde. Gut zu wissen. So. Und das wären alle Beweise hier in dem Areal. Aber wir müssen natürlich noch weiterziehen mit unseren Bötchen. Da gibt es noch einiges zu tun hier. In den Everglades. Jetzt haben wir ein bisschen mehr rausgefunden über Kleingangster und Nels und Pipapo. Wir müssen uns woanders nachsehen. Okay. Zurück zum Boot. Eieieiei. Immer durch die Pampe. So. Und jetzt müsste sie natürlich auch kommen, unsere gute Kai. Die Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeit ich Nels mit den Kartellen zusammen? Nöö. Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswerte. Da sehe ich jemand anders. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent. Wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Ja, da bei YouTube rausgehauen auf jeden Fall den Film. Scheint so. Gut, da quatschen sie nicht weiter. Jetzt kann ich auch mal reden. Weil bei dem Spiel weiß man ja manchmal nie. Da muss man immer ein bisschen stiller sein. So, wenn wir jetzt hier gerade nochmal vorbeikommen, nehmen wir das Gebiet jetzt direkt auch mal hoch. Wo hier gar keine Beweise sind, wenn ich mich richtig sehe. Aber gucken wir mal gerade hier. Was hier schön ist. Nämlich, ein bisschen hat das was von Assassin's Creed gerade. Mit dem Schiffchen hier rüberfahren und so. Aber hier werden wir nichts finden. Hier gibt es keine weiteren Beweise. Hier ist einfach nur so eine Aussichtsplattform. Aber da können wir irgendwie hochklettern, oder? Nee, kommen wir gar nicht nach oben. Schade. Es wäre natürlich geil gewesen, sich das alles mal von oben anzuschauen. Aber so fahren wir dann zum weiteren Punkt. Der da ganz hinten ist wieder. Ich hatte ja zuerst den ganz, ganz hinten jetzt hochgenommen. Ist aber im Prinzip egal, wie wir vorgehen. Das ist uns freigestellt. Solange uns die Krokodile nicht fressen, ist alles in Ordnung. Links rüber dann nachher. Boah, die sind aber auch riesig. Also hier können wir uns schon ziemlich frei entscheiden und frei rumfahren. Allerdings sind die Gebiete sonst auch schlauchig teilweise. Ganz klar. Aber Spaß macht es ohnehin. Also es ist ein echt gutes Game geworden. Eine coole Story bisher. Und das ist ja alles noch so ein bisschen vorgeblänkelt. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Das mit dir und Tyson. Ach, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich bin doch von der Karte getroffen. Wann hatten wir ein Date? Hey, zwei. Zwei richtige Dates. Warte, warte. Du hast ein Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du entkommst? Als ich raus war, ist er ein Kokain-Broker. Ob du es glaubst oder nicht, hat ein gutes Herz. Na, Tyson kennen wir auch. Das ist der aus LNOA, der Partner. Und hier auch einer der Drogen-Kokain-Broker. Mit dem wir halbwegs zusammengearbeitet haben. Oh. Schwebender Ponton war da gerade. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Tamiami oder Tamiami? Hat auch schon mal schönere Zeiten gesehen. Private Property. Ja, Privatgrundstück. Sollen wir uns eigentlich nicht drauf... Ich komm hier irgendwie nicht hoch. Was soll das? Vorsichtig vorgehen. Na, dann wollen wir mal. Noch sehe ich nicht viel. Auch noch keine Feinde. Vielleicht gehen wir mal hier hoch. Von da haben wir einen besseren Überblick. Ich hab' ich gesagt, ich gehe sonntags in die Küche und entkommen mit. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Vorsicht, die kommen gefährlich nah. Ein bisschen zurückgehen. Bevor die uns sehen. Okay, und wir nehmen den Weg hier lang. Das ist ein Ziel, das wir eigentlich auch ausschalten müssten. Festnehmen müssten. Wenn wir ihn jetzt ganz schnell überwältigen. In einer ganz geschwindigen Aktion. So. Beeil dich, Mann. Das dauert immer so lange. Die Verhaftung, die ist halt risikoreicher. Definitiv. Komm, schnell das Ziel analysieren. Hey, das muss doch klappen. Das ist er. Nette Wumme. Die dürfen wir auch mal mitnehmen, die AKM. Komm. Die gute alte AKM. Ja, Daisy lässt grüßen und Co, ne? Okay, jetzt haben wir da schon mal zwei ausgestellt. Wie gesagt, ich gehe ein bisschen sneaky vor, weil Kämpferei gibt's früh genug eh noch. Dann probiere ich es wenigstens in den Folgen, wo es klappt, Sneaky zu lösen. Aber jetzt wird's interessant. Du bist verhaftet. Der nächste Gegner. Das Problem ist halt bei den ganzen Verhaftungen, das ist eigentlich clever, aber wenn die uns sehen, haben wir natürlich ein Problem. Dank den Kommentaren habe ich aber das ein bisschen umgestellt, übernehmen, überwältigen, zu Verhaftungen. So, Nummer eins. Und den anderen stammen wir uns auch. Ist eine Errasse daus. Sehr schön. Da war doch gerade ein Krokodil, oder? Ich hör's doch gerade. Oh, hi. Sehr sympathischer Bursche. So, und die anderen nehmen wir auch noch fest. Wie viel kommt denn diese Woche? Okay, ganz ruhig. Ihr seid festgenommen, Jungs. Oh. Scheiße, Mann. Denk mit dem Arsch im Eimer. Vorsicht nicht. Ist er tot? Rastet der Typ auf einmal aus, du Wahnsinnige. Aber wär egal, weil wir haben sie alle. So, jetzt hier müssen wir ein bisschen anschauen hier, was die hier haben, den ganzen Koks. Aber irgendwo scheint ja auch noch ein Feind zu sein. Die Situation scheint ein bisschen eskaliert. Aha, da vorne. Okay, dann komm mal her, mein Kleiner. Ist der schon tot? Ah, der scheint schon tot zu sein. Alles klar. Den haben sie erledigt, den Alligator. Und scheinbar... Boah, der lädt noch. Und was ist mit dir? Alligator. Ah, den kann man nicht töten, das finde ich aber ein bisschen schade. Also, jetzt nicht, dass ich unbedingt Alligatoren töten wollte. Aber, ähm, das hätte eigentlich funktionieren müssen, spieltechnisch. Dass ich den jetzt erledigen kann, oder? Findet ihr nicht? Ich muss sie auch noch durchsuchen, ich Vogel. Das habe ich bei dem einen völlig vergessen. Hm. Naja, macht nix. So, hier schön das Dixi-Klo abchecken. Dafür haben wir die Punkte für die Verhaftung immerhin eingereimst. So, jetzt müssen wir hier rüber. Da wartet Kali schon. Oder Kai, Kali, was erzähle ich da eigentlich? Kali heißt natürlich gar nicht. Viel zu viel Kaliumnitrat hier gesehen. So. Alligatorenfarm. Hey, Tommy, Nels dich, Mann. Das sind Nels Leute. Sprich mit ihm. Tommy antwortet nicht. Los. Hey. Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, ähm, der ist gerade Kaken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit dem Treffen. Okay. Wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Na, aber wir wissen jetzt immerhin, wo. Da sind noch weitere Kandidaten da draußen. Die nehmen wir alle fest. Allesamt. Hände hoch, ihr Wichser. Wer ist verhaftet? Was ist hier los? Wenn er sich rührt, leg ich ihn um. Ja, mach das mal. So. Nächster, bitte. Für die Nummer ist es natürlich ganz gut, einen Partner zu haben. Sonst können wir uns bei den Verhaftungen auch ganz schnell mal erschießen. Was wir in der Tunis vermeiden wollen. rein in die gute Stube. Ins Bötchen. Jetzt wird weitergefahren. Auf dem Stadion. Da steht uns eine kleine Reise bevor. Nails identifizieren. Na, da wird's noch interessant. Wow, langsam. Sonst findet Nails noch raus, dass wir da sind. Sieht ziemlich krass aus hier auch wieder, die Umgebung. Es scheint schon ziemlich zerrüttet zu sein, dieses Stadion. Wahrscheinlich für Wassersport. Vielleicht Delfine waren da drin oder sowas. Könnte ich mir auch vorstellen. Oh, alter Schwede. Oh, oh. Das ist eine Artistin dahinter. Und da drüben kam ein Boot mit einem Tiger angerauscht. Die beiden Boote sind dann leider kollidiert, weil sich die Seile verheddert haben. Einem Mädchen wurde die Hand abgerissen. Die anderen Mädchen sprangen ins Wasser und wollten die Hand suchen. Aber dann kam der Tiger dazu und alles war ziemlich furchtbar. Danach wurde hier alles abgeriegelt. Die Hand wurde übrigens nie gefunden. Nun denn. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen ein bisschen runter. Den könnten wir mal eben einknasten eigentlich, den einen Kerl hier vorne. Im Moment gehen wir auch einen guten Radius hier lang, dass die uns nicht sichten. Na, Vorsicht. Der eine dreht sich um. Ich kann es aber hier gerade nicht sehen. Ich höre doch wieder Krokodile. Hey, du. Halt! Perfekt. Jetzt müssen wir ihn irgendwie hochnehmen am besten. Oder umbatzen. Lieber umbatzen, bevor der andere Seed. So, das dürften die anderen hier nicht mitbekommen. Zack. Das ist eigentlich ein guter Radius gewesen. Und jetzt scannen wir nochmal die Gegend gerade. Das ist ja mal das Hauptziel noch nicht aus. Aber es scheint auch immer noch zu spät zu sein. Da haben sie zumindest irgendwie was gefaselt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hey, ei, 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 ei. Okay, jetzt müssen wir hier echt aufpassen, dass der uns nicht sieht. Das sind verdammt viele. Die könnten wir jetzt natürlich auch ausschalten. Shit, wir hätten erstmal den Typen da oben hochnehmen sollen. Ja, vielleicht kann ich mich hier so... Halt! Die Hände hoch! Wow. Hey, was soll das? Das war eine letzte Sekunde. Das hat noch geklappt. Die anderen haben es nicht mitbekommen. Hier ist einer am Boden. Okay, und jetzt wird es interessant. Kai, komm lieber mal rüber. Hey, Kai. Der hat es hinter sich. Ich habe ihn ja noch nicht mal gesehen. Wie soll ich mir denn dann einschnappen? Fuck. Das ist echt nicht gut. Ich werfe mal so eine Patronenhülse, aber die wird Ihnen... Doch, hat es geklappt. Das hat super geklappt sogar. Sollen wir jetzt schnell hier hoch? Runter? Kopf einziehen? Fuck! Gleitsack! Okay. Müssen wir den Alarm deaktivieren, damit wir nicht nachher noch mehr Überraschungen haben. Okay. 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 Das war aber nicht so clever von euch, Freunde. Boah. Du Schwein. Alter. Will er mich da einfach niederbrennen? Was für eine Unverschämtheit. Ah, OMP45 können wir auch mal mitnehmen. Bisschen wechseln ist ja gar nicht so verkehrt. So, und hier vorne scheint Nils zu sein. Nils oder Nils oder wie er auch immer heißt. Der eine Kandidat, den wir jetzt hochnehmen wollen. Das lief doch eigentlich ganz gut. Guten Morgen. Nils, nimm die Hände hoch! Oben lassen! Mendoza, stimmt? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt! Welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Hier! Scheiße! Ich ruf uns ein Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Nächstes Mal bei Hardline. Du vertraust das, oder? Deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Nimm die scheiß Waffe runter. Das war die Fortführung unserer kleinen Touri-Tour durch die Everglades. Obendrauf haben wir es mit Nils und seinen Jungs zu tun bekommen. Und der hat irgendwie ein Deal mit unserem Polizeikollegen, mit dem Stobart. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt tauchen schon wieder die korrupten Cops auf der Bildfläche auf. Und hat das vielleicht was damit zu tun, dass wir in der ersten Folge am Anfang im Knast sind, beziehungsweise auf dem Weg in den Knast? Was meint ihr? Du bist sicher für einen von den Guten. Gute gibt's nicht, Junge. Gutechaft gibt's nicht, Junge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017